Was hast du hier Chancen? Auf eine von den Magen. Achso. Oh, da, Jäger. Ja, fuck. Ich muss halt ziemlich nah hin. Ich habe nur eine Schrotflinte. Ja, ich habe eine Armbrust. Ja, aber wenigstens noch eine Springfield. Mann. Der eine ist hinter dem Erdhübel. Okay. Hinter dem Baum jetzt. Nee, wieder. Der hat sich wieder zurückfallen lassen. Mhm. Der ist da an der Mauer, an der Ecke. Ja. Ich habe bloß Angst, dass die jetzt von rechts dann an dem Tor sind. Ja, da gehe ich jetzt hin. Hat ein Hit. Ich habe einen. Oh. Ich habe, da holt mich. Nein, nicht beenden. Zugucken. Aber den anderen hast du. Ja. Hast den, ja? Ja. Ja, selbstverständlich. Schöne Sache. Oh, hier, der hat eine Musi dabei. Mhm. Oh, ja, der kann doch jetzt hier. Gucken wir erst mal zu dem anderen Spatzfreund. Ja. Oh, eine Sparks. Willst du die Sparks oder die Mauer sehen? Nein, ich nehme die Mauer sehen. Okay. Merkerlich. Oder willst du lieber Musi spielen? Ich würde doch die Sparks nehmen. Wie du willst, Micha? Du hast den Typ mit einer Musi erschossen. Kannst du es dir aussuchen. Ich gucke drinnen nochmal nach. Dann hebe ich jetzt die Mosin auf, dann liegt die Sparks dort. Ah, nee, ich nehme doch die mit. Okay. Oh, eine Kasse. Hier, reif zu. 100 Dollar. Echt? Cool. Kannst du es wieder gebrauchen? Ja. Oh, hier. Eine Kiste. Verbandstasche ist auch schön. Sehr nice. Tja. Was denn? Oh, hier haben welche gerade den Hinweis geholt. Na, ich? Nee. Da rennen welche weg. Okay. Okay. Wie er oben auf der Mauer rumtanzt. Einen habe ich angehittet. Wo sind die? Da. Hinten. Der andere ist da. Oh, fuck. Leer. Stimmt, die hat ja nur fünf Schuss. Oh, alter. Mensch. Lass mich doch in Ruhe schießen hier. Mist, ich sehe die gerade nicht. Die sind da, hinter der Mauer. Oh. Da weiß einer, wo ich bin. Oh, hat mir eine eingeprätselt. Alter. Halleluja. Spritze in den Arsch. Oh, ich muss weg. Ah, das ist nur Erstickungsbombe. Das ist nochmal eine Versorgungskiste, ja. Ui. Hier kommt's geflogen, Junge. Hier kommt's geflogen. Oh, nicht doch nochmal sehr. Oh, die kommen jetzt hierher. Die sind da bei dem Baum. Oh nein. Da rechts bei dem Baum, wo wir vorher standen. Ach so? Ach, hier draußen? Ja, da. Da bei dem Baum. Okay. Achtung, der kommt jetzt hierhin. Ja, ist klar. Mann, wieso treffe ich denn nicht? Oh, die kommen von da hinten. Einen hab ich. Sehr schön. Wo ist der andere? Auch hier hinten. Oh. Was ist denn? Falsche Taste. Scheiße. Ist ich eine Lampe hier? Nee. Ja. Bringen sie. Bringen sie her. Wo ist denn der Typ? Da, hier vorne. Oh, fuck. Oh, ich brenne. Der ist auf der rechten Seite. Sein Maidprint aber auch. Ich geh mal außen rum. Oh. Ach, der ist auf der hinten. Ja. Also ich bin jetzt bei seinem Land außen. Ich hab ihn wieder gehittert. Mit der Sparks. Ah, der ist da außen an der Ecke jetzt. Hat einen Hit. Hoffentlich rennt der Hund jetzt zu ihm. Achtung, da kommt ein Hund hinter dir. Ah, ich hab ihn. Alter, wo rennt denn der Typ hin? Wo ist der hin? Au. Wo dort? Ja. Fuck. Ich hab ihn. Sehr schön. Nicht mit mir, Jungchen. Jörg, wann musstest du ja mal umfallen? Ja. Ich frage mich nicht, wo er liegt, aber. Ah, du hast doch geschossen, du musstest ja wissen. Naja, ach ja. Hier ist seine Waffe jedenfalls. Ja, hier liegt er. Was hatte der denn? Karabiner, glaube ich. Ja. Ach, den anderen haben wir ja abgefackelt. Nee, den kannst du noch looten. Ach so, okay. Die Lampe war doch nicht weit genug. Kein Verlass auf dich. Sehr schön, haben wir doch. Vier Leute. Vier Leute, ja. Nice. So, ich geh außen rum, da brennt's. Ja. Ich geh grad noch ein Medikit suchen. Mhm. Jetzt komm ich eigentlich auch gut mit einer Sparks zurecht. Also, altes Übungssache, auch Verbrauchsgüter hab ich gekriegt. Ja, genau. Sehr schön. Ja, hier ist ein Medikit. Munition, nehm ich immer gern. Hier unten gibt's Munition. Ja. Und leuchtet etwas rot? Ich bin noch nicht im Bereich. Immer noch nicht im Bereich. Immer noch nicht im Bereich. Was ist denn da los, Alter? Wie nah muss ich denn hier noch ran? Hä? Achtung, da ist ein Rahmen. Wir sind doch die Spinne, oder? Ja. Jetzt. Nee, ist weiß. Ja. Dann lass uns Knippe suchen. Nur Spezialmunition. Was denn? Munition. Achso. Mann. Hä? Kommt da hier nicht. Leck mich doch. Ich bin immer noch voll. Blöde Bitch. Blöde Bitch. Ei. Hier Versorgungskiste. Ein Verbrauchsgüter. Oh, bitte gib uns eine. Was hab ich gekriegt? Oh, da ist auch noch eine. Eine Giftspritze. Oh, ist das schön. Kommt ja wieder. Oh, schon wieder eine Chaosbombe, ey. Ich schmeiß die Krab weg und hol mir noch mal was. Und hier eine Axt. Schön. Oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich fahr mit dem Fahrstuhl runter. Jo, mach das. Ich krieg jetzt eine Haftbombe. Das wäre perfekt. Ah, Dynamit. Hier unten ist eine Falle. Einen hab ich schon entdeckt. Mach mal, ich hab doch eine Ausdauerspritze. Die jag ich mir jetzt rein. Und dann muss meine Axt. Da. Oh, hier ist eine Kasse. Schön. Wo? Hier hinten bei mir. Achso, nee. Ich mein nicht die Spinne. Achso. Wie will das so viel? Ey, ich hab doch eine Kifftspritzer. War doch ein Medipack. Meine Axt. Komm ja. Mann. Ja, dein Kifft macht mir nichts mehr aus. Oh, meine Ausdauer ist weg. Oh, lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Hier ist auch noch ein Medikit. Okay. So, noch ein Prach-Ja-Anschlag. So, jetzt. Feuer frei. Mann. So, meinen Lebensbalken zurück. Schön. Kann ich da vorne mal eine Falle platzieren? Oh, die anderen beiden kommen her. Aha. Die sind schon bei den Docks. Die wollen's wissen. Ja. Das ist, das gefällt mir gut. Toll. Jetzt, wo ich nicht so tolle Waffen hab. Na, aber du hast auch die Demos in. Ja. Aber halt, für einen Nahkampf hab ich nix Gutes. Da hab ich nur die Schall gedämpft. Mhm. Oder wenn einer richtig nahe kommt, wenn wir einen Bajonett auf den drauf gehen. Oh, die sind gleich da. Ja. Man hätte das hier abpassen können. Die müssen ja übers Wasser. Mhm. Oh, Mann. Ist mir auch grad zu spät eingefallen. Die haben grad beide Raben getriggert. Richtung Süden. Okay. Richtung Süden. Ja. So, Richtung Devon Ranch. Zu uns kommt. Okay, dann sind die ja hier bei mir. Okay. Okay. Einer hat jetzt Starram aufgeschreckt, ganz nah. Aha. Einer hat einen Hit. Einen hab ich. Sehr gut. Rennst du? Ja. Soll ich dir ne Lampe bringen? Ja. Mal schnell gucken, wo ich eine hab. Ja. Ich glaub, sein Mädel ist da irgendwo. Ja. Der ist da auf der Seite irgendwo. So, warte. Ich komm hoch. Kann ich hier raus. Gibt's eine Deckung. Ja. Ach nee, das ist ein gepanzerter Scheiß. Hier oben. Ah, sein Mädel ist hier vorne. Hat einen Hit. Ah fuck, ich bin leer. Hab ihn. Sehr schön. Cool. Sechs Leute. Läuft. Und vier Bounties. Ja. Und er hat ne Label. Ah, keiner in der Nähe. Was, der hat ne Label? Mhm. Ich will die nicht. Ich lieb mal in eine Sparks jetzt. Ich hab mich in eine Sparks verliebt. Geil. Boah, ich nehm wieder die Label. Der hat auch ne Label. Kannst du auch die Mosin jetzt nehmen, wenn du willst. Ich hab jetzt die Label genommen. Oh nee, und ne Schallgedämpfte? Wenn nicht, ich muss ja... Ich glaube, hier wird keiner mehr sein, ne? Nee, ich hab grad umgeguckt. Keinen gesehen. Was hat der für ne Zweitwaffe? Ach, auch ne Schallgedämpfte. Die Mosin. Hm. Ich spiel lieber die Label. Die Sparks hat mir so gute Dienste erwiesen jetzt. Ja. Es wär ne Schande, die wegzuschmeißen. Es wär ehrenlos. Ja. Dann holen wir noch das Bounty-Wand-Kanal raus. Ja. Na, wenn ich denn hin. Und wie er noch mit der Lampe ankommt. Willst du doch noch anfackeln. Aber meine eine muss ja auch noch da oben irgendwo liegen. Wer? Meine eine Fackel. Achso, ja. Ich hab hier kam ja mit einer an. Die hab ich hier irgendwo fallen lassen, bevor ich mich in der Schießerei bekab. Aber die ist weg, Alter. Wie geht denn sowas? Ach nee, hier liegt's ja. Ich hab mir gekullt. Nee, ich mach den ja. Ja. Gehen wir zu Demand Ranch. Cyprus hat's Demand Ranch da die. Ja. Ein sehr schöner Ran. Oh ja. Sechs Jäger, sehr schön. Boah. Blutmachen ohne Ende. Geil. Krass. Direkt Stufe 25. Ey. Die Kettenpistole freigespielt. Und die Sparks Schalter im Vorhang. Die Kettenpistole freigespielt. phenom. Die Kettenpistole freigespielt. DNA- Russlands Die Kettenpistole freigespielt. δα奏. 750ojun. Untertitelung des ZDF, 2020